Und nächstes Stück ist ein Kalypso und Sie werden sich zum Teil erinnert fühlen an Michel Camillo und Konsorten. Ein nicht einfaches Werk, Kalypso, May 19th und wir haben drei Solisten. Wolf Römer, darf ich nochmal erwähnen, wird jetzt auf der Flöte spielen und dann haben wir die Heike, Beckmann, Klavier und ich darf noch ein Schlagzeug-Solo spielen. Also, Kalypso. Kalypso. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank.